Oh, ich bin gleich tot. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Hier ist auch noch ein Drachen jetzt dazu gekommen. Und was ist das nicht alles hier? Da hau mal ab. Ey, jetzt ist dieses Vieh wieder da. Ich bin tot. Mein Gott, man stirbt ja richtig häufig. Also so häufig so wie er schon lange nicht mehr... Oh, scheiße, ich nahe gleich weg. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe irgendwie. Oh, nee. Alter. Oh, ich kann direkt den Köst abgeben hier. Leider muss ich mich wiederbeleben. Ey, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so häufig gestorben bin. Ich bin wieder tot. Juhu, ich bin schon wieder tot. Wie geht das? Oh, eine Leiche wird jetzt als X angezeigt. Nicht als Punkt. Wieso bist du gestorben? Also ich meine, was waren da? War da irgendwas? Ja, ein Vieh. Vier Sekunden müsste ich wiederbeleben. Oh, alter. Alter, ich sehe so. Ja. Oh, ho, ho. Guten Tag. Hey. Na? Hm-hm. So, nur noch Fletzern. Hast du nur noch Fetzen als Rüstung an dir? Mann, 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 ey. Ja, wir haben uns beschwert, dass es alles zu einfach ist, ne? Ja, aber jetzt ist mir zu schwer, zum Beispiel. Ne, ne, ne. Den kannst du auch für deine Bälle machen. Der hält aber was aus, du. Ja. Äh, also das ist wirklich schon... Oh, scheiße, ich bin gleich schon wieder tot. Huiuiui. Ja, weil wir hätten lieber erst drehen sollen. So wollen wir die Agro von dem ziehen, oder so? Ich weiß nicht, wie ich es agroziehen soll. Oh, Gott. Oh, Gott, nein, bitte nicht, nicht mehr. Der ist tot. Das ist ja schön gut. Ich merke halt, ey, diese Minimal-Frustration, bleib mal. So, ach, dann kann ich ja gleich nochmal essen. Das ist ja praktisch. Kannst du? Alter, ich würde am liebsten irgendwas zerschlagen. Jetzt kommt mal aus, du bist nur paar Mal gestorben. Ja, nur paar Mal. Beim Questen. Na, und? Bitte. Hier, reparieren. Jawoll! So, schon mehr ausgegeben und eingenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Meinst du, die Dinger bringen wir... Oh, entschuldigen. Ne, ne, ist gut. Ich bin wieder da. Ne, ich bin fertig. Weißt du, diese grünen Sachen bringen auch Geld? Hm, ja. Also die Rüstung, meine ich, ne? Ja. Die sind schneller tot. Mhm. Ich brauche mir auch. Ey, was macht der jetzt? Oh Gott. Ach, die kann man aufhören. Jetzt dreht er sich um sich selbst. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, da wird einem mal kotzübel. Ich weiß nicht, was plötzlich passiert ist. Ich stehe das auch. Er macht's jetzt immer noch. Alter, was ist das für ein Fuck? Jetzt hat's irgendwie aufgehört. Nach drücken aller Tasten des Lebens. Ich weiß nicht, dass ich nicht angreifen kann. Ich kann mich nicht angreifen. Verpisst dich drin. Okay. Mach nicht. Entschuldigung. Ne, ist okay, ihr Fotzen. Also verpisst euch, wenn Kaiser Franz da ist, ne? Wie gehört sie? Normalerweise rede ich nicht so. Das stimmt doch gar nicht. Oh, das ist das gar nicht verraten. Also wie gut. Ich hab nur Erz geholt und jetzt bin ich nochmal zurückgekommen. Was ist dagegen? Jetzt grill ich hier in den Hirsch. So, ihr Fotzen. Kommt mal rüber hier. Oh, das ist mir so peinlich. Wieso ist dir das jetzt peinlich? Ich weiß nicht. Vor allem, ich sag ja mal nix, ne? Aber wir haben schon so viele Videos gemacht. Da hast du nur gemeckert. Und da hast du alles gesagt, du Arschficker. Und was weiß ich nicht. Also nicht, ne? Jetzt. Echt? Beim Aufnehmen? Hast du? Ja. Hast du gemacht? Gerade wenn du mal wieder vergessen hast, dass wir noch aufnehmen sollen, ne? Oh Gott. So, ihr. War wie nass. Im Leben ist ich noch schlimmer. So. IRL, ne? In real life. So. Gut, reden wir nicht mehr davon. Dann vergessen das vielleicht die Leute. Oh ja, lass mal weg von dem. Ich hab keinen Bock, die Schaden zu bekommen. Ja, ich glaube, die... Ja, kann gut sterben, Nico. So. Oh, die Adler. Hello again. Oh, ich hab alle drin. Sagt man eigentlich nicht Belge oder Balge? Belge, glaube ich. Äh. Okay. Ein paar Adler bereue ich noch. Wo noch, ähm, sieben Fädern. Obst du das nur, ne? Da fliegt noch einer vorbei. Echt? Ja. Das ist zu weit entfernt. Okay, ein bisschen bei Auto. Ich hab davon jetzt alle. Jetzt hab ich alle. Oh, hier oben kann man abgehen. Oder? Was ist das? Ja. Nee, ist in der Hülle, ne? Sieht das so heiß aus. Könnt ihr auch mal sauber machen, oder? Ich hab gar nicht gesehen. Äh, helft den Rabenbären, der Schwarzwäder, der Tributritual durchzuführen. Boah, da gibt's jetzt zum ersten Mal schlechtere. Hast du schon angeklickt? Ich kann nichts angeklicken, der ist schon gelaufen. Mhm. Anklicken. Naja, ich mag schon. Und so scheiße wie der läuft. Das Altar ist aus dem Traum. Der. Ich muss nie. Der Altar ist. Das ist nicht klar. Der will. Anklicken. Was knackt man? Äh, krä. Oh, jetzt bin ich nicht in's. Oh, fuck, was sollen wir jetzt machen? Ich kann den Charakter gar nicht, äh, armt die Raben, was? Oh, winken, drehen, flattern. Armt die Rabenbären nach. Wie soll ich denn die Nacht haben? War das Flattern oder Krähen? Drehen, okay. Ich kann's jetzt verstehen. Flattern. Was ist das jetzt? Linken. Das sagt ja nichts, muss ich mal rein. Nee. Jetzt ist es wieder Flattern. Ritual durchgeführt, okay. Alles klarchen. Oh. Ich könnte ja reden, die hat auch nur runter hier. Krack, krack, der redet, du krack, krack, krack. Hm. Clever. Was? Ich weiß nicht. Ich will ich nicht. Ist das fertig? Kannst du mal mit mir sprechen? Nee, sonst hat's mal ich so. Ich weiß nicht, was sie machen sollen. Ist das fertig? Ich bin fertig. Ja, wie hast du das gemacht? Wie? Ja, du bist doch da verwandelt. Da musst du... Woran hapert's denn? Hm? Hallo? Na, ich finde das schon aus. Du musst gucken, was die da machen und dann hast du unten die Leistung. Dann musst du das imitieren. Wenn die flattern, musst du auf Flattern klicken. Wenn die drehen, dann musst du auf Drehen klicken. Du sollst das nachmachen. Aber die machen doch nichts. Die stehen da nur rum. Da hast du den Typen angesprochen. Diese Eulen. Ja, ich bin fertig. um sind die wird sich fest abgebogen ja weil ich nicht raus konnte die sich nichts gemacht und ich könnte niemanden ansprechen weil ich mich nicht immer bewegen konnte und das heißt jetzt ich glaube ich jetzt die Klinik mit ich ich finde es nicht die 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 was soll ich dann weitermachen ich weiß nicht überwärtig 0 was sagen wir noch wieder mit der unrunde dritten umgekehrt er ich bin herr ich und es gibt uns die Hmm. Geht das jetzt? Ich hab das nicht geschafft. Ich muss das wiederholen. Du musst das wiederholen. Hier. Nochmal. Nein, hier. also bei dem ersten, ich wusste auch nicht, ich hab das zufällig mitbekommen, dass man das so machen muss ich kann dazu auch nicht weiter sagen, aber ich seh die nicht mehr, jetzt bist du weg ich weiß nicht, 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 ob die abfolgen, die selben sind, so wie ich sie gesehen habe, die sich verändern am Anfang fing ich so an, so mit 1, 2, 3 und dann ja, aber der flog auch vorhin, als ich das, hast du fertig? ja dafür kommt bei mir so ein Drachen plötzlich vorbei, ich weiß nicht, ob der durch mich kam oder von woanders her rührte ja, jetzt sind wir hier fertig ja, sind wir und der andere Quest ist genau gegenüberliegend, ordentlich was auf den Rippchen das heißt, ich würde sagen, wir gehen zum Flughpunkt, wir fliegen dann zu Lornas Wacht, wir müssen den Rest irgendwie laufen ok okay ich hab die ganze Zeit nein, ich hab jetzt mit mir geredet achso aber irgendwie ist es auch komisch, weil man irgendwie so einfach, fertig ist hier so, und nicht irgendwo hingeführt wird ich kann nicht fliegen weil ich scheiße echt jetzt also ich bin gut und der fahrstatt siehst du das könnten könnten man auch mal üben dass wenn man kurz vor knapp fast hinüber ist dass man überhaupt gibt früher ging das ja nie der eigentlich sind sehr gut dass es jetzt geht weiß ich nicht ob es beim normalen also beim nachtelf auch funktioniert im kampf muss man mal ausprobieren mich so ein bisschen hier an das an unbanisch beim schurken ich mag kurz ja auch in der zeit mal so ein kalb rum hier und wird auch immer so ein ziege was ist die entsteht doch am ob um jetzt zum stück hätte ich gesagt dass wir es zum stück so kommst du hier rumpst die rumpst hier auf die Glocke oh mein Gott das Ding ist nicht angeklungen, äh, die hat gar keinen Bock, echt guck mal, jetzt hat er Leben aufgefrischt von selbst da sind die Ziele wow, was hat das? ach, jetzt wurde auch mal wieder angezeigt, dass der Schaden, dass ich Schaden bekommen habe gestern wurde das nicht angezeigt, aber es könnte natürlich auch ein Bug gewesen sein ich habe ja bemängelt, dass ich nicht mitkriege, äh, wie viel Schaden, also wie viel Leben abgezogen wurde und so ich hoffe ja auch ein Epic hier gibt es ja mittlerweile auch, wenn man einfach hier, ähm, die Mobseck ballert das könnt ihr nicht am Boden benutzen also es gibt da so eine, äh, 0,8%ige Chance, ich weiß nicht, ob es 0,8% war, dass man auch so, äh, ne, legendäre, äh, gegenstände kommt hier ich finde das Gleiten immer noch voll geil das macht richtig Laune mich habe keine Ahmet uhhh! hier habe ich weiß, was er jetzt macht, äh, mit Qualc acceptable, name ähm tut ehrlich, mit Ihrem Überschelang um ok kurz hier führten weg rein in so mit zwei und wieder um die rüber kommt dann noch so eine klippe siehst du das weil die stadt meint so betrachtet mit größten es ist naja hier ordentlich was auf den rippchen und siegert ich hab ihn noch im neuen jäger kampagne schmiedkund und man schmiedkundkunden ok erst mal runter hier und dann irgendwie an die kreuzung aber du läufst schon dann führer johann nerv nicht du blöd aus um das ist das wo wir letztens drin waren ja da müssen wir irgendwie durch ne ja ich denk schon da kann man das irgendwie anders da gibt's ja überall die haken da gibt's ja überall die haken da gibt's die noch ich sehe die rückwörterung aber wir sind hier glaube ich auch an einer anderen stelle da kann man irgendwo rüberfliegen ah ich hab irgendwas gefunden da ist auch übrigens ein kräuter da ist der haken da ist der haken da ist die jägerin irgendwie hier ist ein drache neben mir ok die jägerin hat mich jetzt wie kommt man hier denn jetzt ich brauche einen Hack da oben ist auf diesem Turm ein Hack naja ok das ist so Krillfänger mäßig hier äh gibt's hier was drin Gott hier ist was scheiße feilige Fuckel alter was ist mit dem los aber der ist unter 2 ach so ja geh auf haha man kann auch so seinen scheißer kicken und wird angefangen ah da ist ne kiste ich stehe das muss leichter hinbekommen ok glistern ist erinnerungsstück beschädigte Hafer und ressourcen ok das erinnerungsstück da kann man ja wieder oh Artefakt auf retten Martin Blackman gibt der mehr Kraft hm mm hm 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 aber da ist ja auch ein wenigstens weg also man kann ja irgendwie so runterfliefen auch hm 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 das ist eigentlich mit das ganze feature überhaupt hier dass man dieses gleiten oder und wenn man gleitet und sie 1 drückt dann müssen wir noch schneller und weiter ja dann sprintest du in der lucht echt muss ich gar nicht ach das meinst du so wohin ja durch hier irgendwie müsste gleich die klippe kommen nur nachdem er die leckung wird mit und übertrieben mehr über ob es meine stimme Da ist kleiner Schatz, wo ist der Hack?